Darüber müssen und wollen wir natürlich sprechen mit unserem Mann in den USA in Washington, Torben Burgers. Schönen guten Morgen. Welche Chancen hat Ron DeSantis gegen Donald Trump, sich da durchzusetzen? Ja, im Moment sieht es eher schlecht aus. Donald Trump führt Umfragen zufolge mit satten 30 Prozentpunkten vor Ron DeSantis. Das kann sich aber schnell ändern, jetzt wo der Wahlkampf erst so richtig losgeht. Und Ron DeSantis wird versuchen, Donald Trump rechts zu überholen, ohne die gemäßigten Republikaner der Mitte zu vergraulen. Das wird ein echter Spagat und er wird dabei auf seine Erfolge verweisen. Er ist ja im vergangenen Jahr wiedergewählt worden als Gouverneur von Florida mit 60 Prozent der Stimmen. Das war ein Triumph und das kann Donald Trump nicht von sich behaupten. Er hat seine letzte Wahl gegen Joe Biden verloren, auch wenn er das bis heute ja nicht anerkennen will. Und was kann man vor dem Hintergrund dieses Spagates von dem Mann erwarten? Wofür steht der? Ron DeSantis gilt als gebildet und bedacht, aber eben auch als stramm konservativ. Viele sehen in ihm eine jüngere Version von Donald Trump ohne die Skandale und ohne das Chaos. Trump mit Hirn wird er auch genannt. Und er ist ein Überzeugungstäter. Er hat das Abtreibungsverbot in Florida nochmal verschärft. Er hat das Waffenrecht gelockert und er hat den von ihm sogenannten linken Radikalen den Kampf angesagt. Und all das kommt bei den Republikanern gut an. Und was unterscheidet ihn von Donald Trump? Ja, zunächst mal das Alter. Ron DeSantis ist 44, Donald Trump ist 76. Das kann ein Vorteil sein, auch bei einem möglichen späteren Duell mit Joe Biden. Denn der amtierende Präsident dürfte gegen einen Kandidaten, Ron DeSantis, noch älter aussehen, als er es jetzt schon tut. Die größte Schwäche von Ron DeSantis ist seine fehlende Bürgernähe. Er gilt oft als unterkühlt und als arrogant. Er mag nicht das Bad in der Menge. Er sorgt auch nicht für Spektakel oder Unterhaltung. Ganz anders eben als Donald Trump, sein größter Konkurrent. Und das kann ihm am Ende Aufmerksamkeit und damit auch wichtige Stimmen kosten. Ron DeSantis will auch Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden, muss sich dann erst mal in den Vorwahlen gegen Donald Trump durchsetzen. Nur unter anderem Tom Burgers war das. Unser Mann in Washington hat uns das Ganze erklärt und eingeordnet. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank.